Hup! Und dann nicht mehr... Und alles nur, weil ich irgendwie zu dieser Plattform da möchte. Und alles nicht mehr! Das war ein bisschen. So. Und du droppst auch nichts. Oh, was ist mit euch los? Ich sehe da eine Schatztruhe. Ich möchte sie haben. Vielleicht kriegen wir jetzt die Zunge auf. Oh, schau. Oh, weh. Das wird dann nicht passiert. Wenn wir... Aua. Wenn wir einfach, äh... Aber irgendwie mach ich das schnell. Also ich denke, ich kann ja gar nicht mehr aus. Hab den ja immer immer raus. Und in manchen Sachen ist das nicht möglich. Aber immerhin haben sie es. Ha! Und auch noch Materialien, die wir für, ähm... Alles mögliche brauchen sich grade. Okay. Vielleicht kriegen wir jetzt so hin. Nein, kriegen wir nicht hin. Ach, da steht eh ein Ghost Soldier. Na gut. Dann laufen wir eben hier so hin und pullen auch noch den. Ja. Joa. Joa. Vielleicht sollte ich doch einfach aufhören. Ähm. Ja? Dagegen zuhauen. Irgendwie so. Und sie aufhören wegzuklicken. Genau. Das wollte ich eigentlich sehr... Ja. Ja, ein bisschen verwirrt momentan. Ja. 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 Ich hab jetzt mal bei dem Pferd grade mitgefahren. Ja. Ja. Geht schon. Gut. Da ist noch ein Tor. Wie viele Vitriche haben wir eigentlich noch? Reicht noch ein bisschen. Erstmal. Wow, ich hab grad ganz leise, was ich mal ganz leise und hab wirklich mal die Huftritte der Pferde gehört. Pferd mit Angst. Geht, dichter. So, jetzt wenn wir uns das Pferd mit den Pferden netten mal wieder. Geht, ne? Und bei den Lungenkennig einhören. So, wir haben hier eher ein bisschen Pferd. Wir machen jetzt noch ein paar Pferden. Oh. Ich hab gar nicht... ich hab jetzt ein bisschen ignoriert, dass das gut läuft. Was ist denn? Aber ich darf nicht die E-Trad-Pferd machen. Warum auch immer jetzt der eine? So, ich habe mal eben... Gerade links ist das Pferd. Gerade links ist das Pferd. Okay, okay. Wir machen keine Pferd. Jetzt hätte ich eine Pferd, dass mein Pferd hieß, eine Pferd-Pferd. Das funktioniert das nie. Ist hier ein Ding. Wie eins... mit eins zu... zu eins führt. Was? Weiß nicht. Die eine Sache mit der anderen Sache... Bla. Ich... ich weiß... ich... Ich will irgendwas sagen, aber ich kann es gerade nicht korrekt machen. Das ist ganz schön. Oh, wir tränken direkt mal. Oh mein Gott! Ich könnte mich schämen. Aber ich schäme mich nie. Oh. So, ein bisschen mal Geschwindigkeit aufbauen. Ach, wie kann man das dahinter noch angreifen? Eigentlich können wir den auch raustun, weil wir den eh in der Kombination verwenden. Mit dem anderen, deswegen finde ich das irgendwie Quatsch, den in meiner Skill-Leiste zu haben. Vielleicht können wir da irgendwo mal einen anderen Skill hineinsetzen. Hineinsetzen. Mal gucken. Was? Wir möchten wieder. Ich hoffe ja immer, dass in den Kisten auch noch zusätzlich Farbstoff drin ist. Aber manchmal habe ich einfach keinen Glück. Richtig traurig sowas. Einfach nur traurig. Ach, und das, das nervt mich. Das muss weit, das muss vorangehen, aber es gibt keine Findel mehr in diesen Kisten. Aber wir sind schon sehr weit. Wir haben uns auf jeden Fall viel Zeit erspart. Das muss man sich anders sehen. Aber trotzdem. So, mit wem von euch darf ich denn jetzt hier plaudern? Hm? Man hat gar nicht so viel Zeit dafür, weil... The light of the goddess will crush the forces of darkness. Weil dieser Typ dann einfach fließt. See you next time! So, how's it going? Mal sehen, was der Zweck detest da ist, um mich nicht allen Leuten zu dieses Tages gut erklären zu können. Hier, nimm meine Scheiße. So, nämlich könnten wir jetzt... Wir sehen uns jetzt hier die ganze Zeit actually nicht. Ja, könnte wir demonstrieren es einmal nicht. No. Aber wir haben den Hinweis weg gemacht. Hehehe. So, jetzt müssen wir zu dem einen Pferd hin. Na, wir kommen nicht an diesem Punkt bei. So, und das ist jetzt ein Pferd. Und das ist ein Pferd! So, jetzt bin ich noch nicht glücklich. So, jetzt bin ich sicher. So, jetzt bin ich gespannt. So, jetzt bin ich noch mal eingeschränkt. So, jetzt bin ich nicht angeblich. Wo ist das? Ich glaube, jetzt bin ich an. nicht nicht das ist ja Aber diese Monster, die nichts droppen. Und jetzt haben wir hier diese Zombies. Die lassen sich wegklicken und dann verlieren sie. Und dann kotzen die dich in... ...wörtwörtlich, wortwörtlich. Aber es sind wenigstens die Monster, die wir auch töten müssen. Schon mal beruhigend. Kann man nicht anders sagen. So. So. Aber wegen... Wow, was ist das denn? Einfach so eng. Was ist das denn? Ja. Äh, nö. Hallo, ich bin ja im Ruhigfesten, ja? Und dann... Okay. Okay. Kein Level 7. Was ist mit der? Franch. Franch. Werde dich trotzdem nicht. Und ich würde empfehlen, nicht die Gefahr zu sagen. Geh weg, lass mich in Ruhe... Ma, jetzt hab ich hier so'n... Ich verstehe die Leute jetzt nicht, wenn ich Nein sage. Was ist mit der? Ich hab überhaupt keinen Sinn. Ich hab überhaupt keinen Sinn. Wer denn gelohnt? Und... Hab ich schon mal... Ich hab mich jetzt unter das Video gefallen. Okay. Ohne Scheiß. Sam, was ist das? Ah, das ist weg. Ich mein, ich hab mich im... Ist okay, aber... Nicht hier in so einer Szene. Das... weiß ich nicht. Das nervt mich einfach. Ich muss sagen, als Assassine sind wir total in Ordnung. Ich mein, die verlieren auch die ganze Zeit ihre Körperteile. Oh. Aua. Vor allem, die verlieren auch die ganze Zeit ihre Körperteile. Ne? Das Halt ist auch total angenehm. Wir sollten doch mal ein bisschen ein... Schlitten... Aber irgendeine, äh, Zombie-Art hier ist eh immer als die andere. So viel dazu. Das ist ein Boss und ich möchte diesen Boss töten. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Definitiv nicht. Das könnte schon ja tot sein. Aber es wäre eh. Von daher ist's. Boah. Das meinte ich mit. Wir haben folgt. Super. Oh, ich meine... Oh, ich will das nicht gleich mal verleiten. Aber ich will uns etwas tun. Ich will uns etwa den Schuchten-Diegler nicht mehr. Ich will eigentlich gar nicht bemerken. Ich will euch mal in die Schuhe nach. Ich will ihn nicht mehr. Was sind nötig? Ich will die Schuhe nachlaufen. Das ist doch nicht zu bleiben. Wie soll ich das hin? Oh, das ist doch nicht zu bleiben. Und ich will euch auch ein Halt, das ist doch nicht. Aaaaahhh! Let us bring him up. Magnet. Okay. Geil! Okay, jetzt kommt ihr drücken auf. Geil! Mach ich gerade extra da später jetzt. Ich hab ein bisschen spannender aus. Geil! 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 xD Nein! xD Ja, wir sind ja schon zu verständlich. So, wir gehen sehr ab. Solange du es nicht dauern... Ja, fickt euch doch mal! Jetzt sterben wir gleich. Ach, nur weil ich zu gierig war. Aber wir können es hochheilen. Ja, über eine Minute lang! Ne, leider verlieren wir die ganze Zeit über 80. Rein rechnerisch kommt das nicht auf. Wir sterben, wir sterben! Und ich hab keinen Bock schon wieder an dieser Supertränke. Glaub ich noch ein paar Tränke. Oh, 100 Leben. Wow, 100 Leben. So, jetzt das hier. Scheiße, das funktioniert alles nicht. Wir müssen echt mal eben warten, bis dieser fucking Dieba weg ist. So, jetzt suppeln wir uns noch einen Trank, ohne uns dabei zu bewegen, weil sonst, äh, funktioniert das nicht. Aber dadurch haben wir fast alle Trophäen jetzt wieder. Zehn Stück. Ach, Gottchen. Es ist vorbei. Schön. Das ist ne Scheiße. Einfach in 1 Minuten-Debuff-Danny einfach nicht. Das hat mir gedrängt. Hm, ich muss mal gucken welche. Ich brauch noch. Rotting Pops. Ähm. Es gibt tatsächlich zwei verschiedene Trophäen. Aber das erkennt man auch nicht. Ja, das erkennt man auch nicht. Ja, das ist richtig. Dann haben wir noch Rotting Pops. Ich hab' gestern irgendwie, bei der letzten Aufnahme-Session, entschuldige, wenn ich immer dazu gestern sage, aber es war eigentlich gestern bei mir so Tag-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage. Habe ich vorgestern, jetzt sag ich schon vorgestern, habe ich bei der letzten Aufnahme, ähm, ganze Shadow Walk verwendet und jetzt verwende ich das noch gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. So. Je- So. Das war auch richtig, dass wir jetzt... ... 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 Und dann mit Level 20 und Level 30 irgendwie so gelöscht und deswegen ist es wirklich sehr erstaunlich von meiner Falle. Und dann mit dem Shadow Walk immer noch aus Versehen, wenn das noch in dieser Kombo drin ist. Ach, Madman. Ach, Madman. Kannst du das mal lösen. So rocking hard. Haben wir auch von ihm bekommen. Haben wir nur noch ein bisschen mehr. Oder... Die sind auch schon Level 16. Ist das nicht toll? Ich freu mich voll. Ich glaube, wir haben gestern mal die letzte Instanz, wo man wirklich die letzte Rüstung so sammeln kann, getestet. Und es ist scheiße schwer. Jetzt kutzt mich aber noch ein bisschen mehr. Wie geht es da? Fertigern zusammen.